Grüezi und willkommen zu SMUFNFU Schweiz in Zug. Zug dient als unser regionale Hauptsitz von EMIYA und ist zuhause von über 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die neue Arbeitsumgebung da in Zug hat als Pilotstandort für die Einführung von unserem Projekt Workplace Unlimited dient. Das Projekt hat das Ziel mehr Flexibilität und Integration für alle am Arbeitsplatz zu schaffen. Verschiedene Teams arbeiten im Büroentzug, unter anderem das regionale Management von EMIYA, Medical Education, Supply Chain, Clinical und von unserem SMUFNFU Schweiz AG, der Kundendienst, das Marketing, der Verkauf und das Management Team. Besuchen Sie doch unsere Webseite, um mehr über SMUFNFU und unserem Ziel, Life Unlimited zu erfahren.